Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Modern Deck Check, der Start ins Wochenende. Wer das Video gestern schon gesehen hat, die Abstimmung für den Modern Deck Check war wirklich super knapp, ungefähr 50-50, der Mill-Arc-Type ist halt super beliebt bei Magic, kann nicht komplett nachvollziehen. Und deswegen schauen wir uns heute nochmal ein aktuelles Mill-Deck aus dem Modern-Format an und ich rede jetzt auch nicht lange vorweg, wir legen sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier ist auch schon mal die Deckliste über das passende Sideboard. Reden wir natürlich dann noch im Anschluss, welches eben mit diesem Deck auf dem Turnier gespielt wurde. Großes Turnier, unbesiegte Liste, ziemlich, ziemlich gut auf jeden Fall. Passiert halt schon mal ab und zu im Modern-Format, so ein Mill-Deck ist ja nicht das übliche Tier-1-Deck, aber es kann durchaus mal funktionieren, ist halt ein super cooles Deck. Wir sehen auch hier in der Liste viele neue Karten, deswegen dachte ich, können wir die Deckliste auf jeden Fall mal Deck checken. Der Mill-Arc-Type ist ja auch sehr beliebt bei Magic und ja, für das Modern-Format muss auch einfach mal ein neues Mill-Deck her. Bevor wir uns jetzt aber die Einzelkarten anschauen, kurz vorweg noch das Budget, ungefähr 425 Euro ohne Porto und Versand. Man könnte sagen, im unteren Mittelfeld hält sich das Deck auf, ist halt eine relativ teure Mana-Base, viele blaue Karten. Die sind dann halt manchmal ein bisschen teurer, aber so insgesamt ist auf jeden Fall in Ordnung, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Deck, kann man auf jeden Fall mal zocken. Wir sind halt ein relativ normales, würde ich mal sagen, Mill-Deck, so in Anführungsstrichen. Wir spielen zum Beispiel nicht die Kombination mit Fraying Sanity, das wäre dann für mich eher schon so ein Kombo-Deck und das ist auch nicht wirklich gut im Modern-Format, sondern wir versuchen relativ interaktiv zu bleiben, ein paar flexible Karten zu spielen, auf mehrere Decks vorbereitet zu sein und dann versuchen wir unsere Gegner eben konstant zu millen, eben nicht über die Kombo, sondern über mehrere Züge hinweg. Und so funktioniert es im Modern-Format halt einfach am besten. Und ja, wollen wir uns jetzt mal wirklich die Einzelkarten anschauen. Was spielt das Deck denn alles? Starten wir mit unseren Mill-Karten, also die Karten, die direkt Karten von der gegnerischen Bibliothek in den Friedhof befördern. So wollen wir ja das Spiel gewinnen. Hier viermal die Hedron-Krabe, alter Bekammter hatten wir schon öfters in den Decks, teilweise auch, um uns selber zu millen. Hier wollen wir natürlich immer den Effekt auf den Gegner richten. Für jedes Land, was bei uns ins Spiel kommt, können wir drei Karten beim Gegner millen. Hier im Modern-Format natürlich besonders gut, haben wir schon oft drüber geredet mit den Fetschländern. Da kann man dann mit jedem Fetschland quasi sofort sechs Karten beim Gegner millen. Also wirklich eine sehr gute Karte, muss man auf jeden Fall zocken. Viermal die Hedron-Krabbe und auf der nächsten Seite unsere großen Mill-Karten. Wie gesagt, wir sind kein Mill-Kombo-Deck oder ähnliches. Wir wollen wirklich den Gegner über ein paar Züge konstant millen. Viermal die Glimpse, viermal Archive Trap und viermal das Mesmeric Orb. Alle drei wirklich gute Mill-Karten, sehr starke einzelne Mill-Karten halt einfach. Die Glimpse für zwei Mana millt direkt zehn Karten. Die Archive Trap millt eigentlich für fünf Mana 13 Karten. Aber immer wenn unser Gegner seine Bibliothek nach irgendeiner Karte durchsucht hat, müssen wir statt fünf Mana nur null Mana bezahlen. Also eigentlich null Mana millt 13. Und es passiert halt super oft, dass man bei Magic hier im Modern-Format sein Deck durchsucht. Unsere Gegner spielen ja auch die Fetschländer. Sprich, unser Gegner, erster Zug, Fetscht sofort und dann fliegt direkt die Archive Trap hinterher für null Mana. Und das ist halt auch eine sehr starke Karte. Und dann Mesmeric Orb, ein Permanent, was halt konstant immer millt. Für zwei Mana, immer wenn eine bleibende Karte enttappt wird, muss der Besitzer dieser Karte die oberste Karte seiner Bibliothek in den Friedhof legen. Also auch wir selber. Das aber in der Regel nicht so schlimm, denn unser Gegner millt immer mehr Karten durch unsere anderen Mill-Karten. Aber das Mesmeric Orb macht halt den Mill-Vorgang deutlich schneller und konstanter. In der Regel enttappt man ja auch im Verlauf des Spiels immer so drei, vier, fünf, sechs Länder plus die anderen bleibenden Karten, die man im Spiel hat. Und wenn man das Orb ein, zweimal im Spiel hat, dann reicht das schon, um den Gegner halt in zwei, drei Zügen komplett zu millen. In Kombination vielleicht mit ein, zwei Glimpsen. Das ist halt super, super stark, diese Einzelkarten zu spielen. Damit kriegt man den Gegner also auf jeden Fall gemillt. Und alle anderen Karten können jetzt irgendwie unsere Strategie unterstützen, das Deck einfach konstanter und sicherer gegen verschiedene Decktypen machen. Und deswegen haben wir hier als erstes dreimal die Surgical Extraction. Super gute Hate-Karte. Sieht man nochmal im modernen Format aus dem Sideboard eben, zum Beispiel gegen Kombo-Decks oder Friedhof-basierte Decks. Hier in dem Mill-Deck können wir das im Main-Deck spielen. An sich schon mal eine super, super gute Hate-Karte für ein schwarzes Mana oder zwei Lebenspunkte. Die zwei Lebenspunkte bezahlt man dann auch manchmal ganz gerne, um das einfach schneller hinzukriegen. Wir dürfen eine Karte im gegnerischen Friedhof wählen, die kein Standardland ist. Und dann den Friedhof, die Hand und die Bibliothek nach dieser Karte eben durchsuchen und alle ins Exil schicken. Das ist halt einfach super, super stark. Wenn wir zum Beispiel gegen einen Kombo-Deck spielen, dann ist die Extraction an sich schon super gut. Und gleichzeitig eine Win-Condition, wenn wir damit genau ein Kombo-Piece beim Gegner treffen, wie halt den Gegner vorher millen, da ist dann eine dieser Karten dabei, die wir dann zufällig sehen. Dann wird die sofort ins Exil geschickt und alle anderen Kopien auch. Und das Kombo-Deck kann seine Kombo einfach nicht mehr durchziehen. Das ist dann quasi schon sofort gewonnen, das Spiel. Aber auch gegen andere Decks kann man halt wichtige Schlüsselkarten einfach aus dem Deck nehmen, wenn man gegen einen Control-Deck spielt, welches zum Beispiel mehrmals nur den Teferi als Win-Condition spielt. Dann kann man den Teferi einfach ins Exil schicken. Oder auch wenn man gegen Junt spielt. Wenn man da zum Beispiel alle Tamo-Golfs und alle Bloodbraid-Elfs mit ins Exil schickt, dann kann das Junt-Deck halt deutlich weniger Druck aufs Feld bringen. Wir haben einfach viel mehr Zeit zum Gewinnen. Also die Extraction ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Emrakul sieht man nicht wirklich mehr im Modern-Format. Die wollte ich hier nochmal kurz erwähnen. Emrakul war halt immer eine Karte, wenn die Leute die im Deck hatten. Und wenn wir die dann millen, dann ist der ganze Friedhof wieder ins Deck gemischt worden. Da kann man dann halt mit einem Mill-Deck nicht gegen Gewinn gegen den Emrakul. Es sei denn, mit dem Emrakul-Trigger auf dem Stack, wenn der in den Friedhof geht, können wir natürlich in Response eine Extraction spielen. Also falls das Szenario nochmal aufkommen sollte, ist man zumindest auch dagegen abgesichert. Aber die Extraction an sich ist einfach so gut in diesem Deck. Sollte man auf jeden Fall im Main-Deck zocken. Und dann zweimal noch die Crypt-Incursion, drei Mana Instant. Wir schicken alle Kreaturen in einem Friedhof ins Exil und kriegen dann drei Lebenspunkte für jede Karte, die auf diese Art und Weise ins Exil geschickt wurde. Ja, also großer Life-Gain-Spell. Die macht einfach das Match-Up gegen aggressive Decks oder gegen Burn-Decks deutlich besser. Wir müssen nur einen großen Mill-Spell spielen, treffen dann vielleicht auch schon drei, vier, fünf Kreaturen und die Lebenspunkte reichen dann in der Regel, um zum Beispiel die nächste Incursion zu finden oder um einfach den Gegner tot zu millen. Also hier die beiden Karten passen super. Zu unserer Deck-Strategie sollte man auf jeden Fall zocken. Und dann als nächstes haben wir unsere Draw-Spells, viermal Visions of Beyond. Richtig gut natürlich in so einem Deck. Ein Mana Instant. Ziehe eine Karte und wenn ein Friedhof 20 oder mehr Karten hat, dann dürfen wir drei Karten stattdessen ziehen. Also Ancestral Recall im Modern-Format. Unfassbar gut. Wir spielen irgendwie eine Archive-Trap, eine Glimpse und mit Visions of Beyond können wir dann einfach unsere Hand wieder auffüllen. Super starker Draw-Spell. Und dann zweimal Ob, ein bisschen Kartenqualität. Er setzt sich halt selber. Ist jetzt kein richtiger Draw-Spell. Ist halt deutlich schlechter als die Visions. Und sechs von diesen Zaubern spielen wir halt insgesamt. Das ist auf jeden Fall ein guter Mix. Und dann für weiteren Kartenvorteile und ein bisschen Kartenqualität am Anfang. Search for Ascanta, unglaublich gute Karte. Sehen wir in ganz vielen Decks. Überall kann man die Karte eigentlich spielen, um Kartenvorteil zu machen. Super gut natürlich auch hier in unserem Mill-Deck, damit uns einfach die Handkarten nicht ausgehen. Und dann noch dreimal Mission-Briefing. Auch eine neue Karte aus Gilden von Ravnica ist hier. Natürlich super, super gut quasi. Snapcast-Damage könnte man sagen, nochmal auf einem Instant. Sehr gute Karte. Kann man dann genau die passende, wichtige Karte nochmal spielen. Einfach die Mill-Spells nochmal aus dem Friedhof spielen oder einfach nochmal die Crypt-Incursion-Flashbacken. Falls wir gegen einen Aggro-Deck spielen, also Mission-Briefing hier in dem Deck wirklich richtig, richtig gut. Und dann wird das Ganze natürlich noch aufgefüllt mit dem großen Removal-Paket. Dreimal Fatal Push, wohl das beste Removal im Format. Zweimal Collective Brutality, auch unglaublich gut. Mit dem eingebauten Discard-Effekt, falls wir Spiel 1 gegen einen Control-Deck spielen. Ist aber auch sehr gut gegen Kreaturen-Decks. Wir können uns auch Lebenspunkte gegen Burn-Decks wiederholen. Allgemein sehr flexible Karte sollte man auch auf jeden Fall spielen. Und einen Murderous-Cut, der dann quasi letztendlich ein Ein-Mana-Kreaturen-Removal nochmal ist. Die Delph-Kosten können wir in der Regel ja mal sehr gut bezahlen, weil wir uns auch selber ein bisschen millen. Also einen Cut kann man auch auf jeden Fall zocken. Und dann noch die Mana-Base. Da haben wir am Anfang jetzt keine besonderen Länder, würde ich mal sagen. Erstmal sechs Fetch-Länder, viermal Polluted Delta, zweimal Flooded Strand. Dazu das passende Schock-Duel natürlich, zweimal Vortary Grave. Dann noch eine Handvoll Standard-Länder, drei Inseln und zwei Sümpfe. Und dann die üblichen Duel-Länder, dreimal Dark Slick Shores. Und dann noch ganz wichtig, unsere Utility-Länder am Ende. Dreimal Shell-Dog-Isle, super gut, um nochmal einen Zauberspruch quasi umsonst zu spielen mit der Hideaway-Fähigkeit. Wenn eine Bibliothek 20 oder weniger Karten hat, dann kann man das halt erst aktivieren. Das Shell-Dog-Isle ist aber absolut gar kein Problem. Und dann noch dreimal Field of Ruin. Im modernen Format laufen halt sehr viele Utility-Länder rum. Sie laufen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rum. Man kann auch mal auf einen Man-Land schießen. Man kann gegen geflippte Search of Askanthas, gegen Control-Decks schießen. Also Field of Ruin findet eigentlich immer ein wirklich gutes Ziel. Und unsere Mana-Base ist halt nur zweifarbig super sicher. Da kann man auf jeden Fall noch dreimal das Field of Ruin zocken. Also insgesamt wirklich ein super flexibles Mill-Deck, kann man sagen. Das war jetzt auch das Main-Deck. Ich finde das Deck auf jeden Fall richtig cool. Man hat halt nicht nur so eine Mill-Kombo irgendwie, sondern versucht wirklich noch gezielt mit dem Gegner zu interagieren. Surgical Extraction, Crypt-Incursion gegen die Agro-Decks. Also da passt wirklich alles zusammen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber schauen wir uns abschließend jetzt noch das Sideboard an. Da sind nämlich auch noch ein paar wichtige und interessante Karten drin versteckt. Weiter geht's. Wir starten mit den bekannten Karten. Wir haben die dritte Crypt-Incursion und die vierte Surgical Extraction plus ein einzelnes Extirpate hier noch im Sideboard. Haben wir eben schon drüber geredet. Wenn die Karten in dem Match-Up richtig gut sind, dann wollen wir natürlich nach dem Sideboarden das Main-Deck komplett damit voll machen. Wenn wir gegen einen Combo-Deck spielen, wenn wir gegen Dredge spielen, stellt euch vor, wir nehmen die einzelnen guten Karten mit der Extraction aus dem Dredge-Deck raus. Dann macht das Deck halt einfach nicht mehr so viel. Dann wird der Friedhof mit der Incursion noch ins Exil geschickt und dann hat man eigentlich schon fast gewonnen. Also die Karten sind halt super stark in bestimmten Match-Ups. Die will man dann halt auf jeden Fall spielen. Als nächstes haben wir dann noch ein bisschen weiteres Kreaturen-Removal. Noch ein Murderous Cut, wenn man halt auf große Kreaturen schießen muss. Wenn man eben ein sehr kreaturenlastiges Match-Up spielt. Dann noch das eine Dismember, auch eben um sehr große Kreaturen zerstören zu können. Manchmal haben die Gegner ja auch gute Hate-Kreaturen im Sideboard, die man dann abschießen will. Also muss man immer ein bisschen drauf achten. Dann dreimal in Snaring Bridge, um wirklich die Aggro-Decks wirklich von uns fernzuhalten. Richtig gute Karte, spielen ja auch viele Decks einfach im Sideboard. Die Bridge kauft uns einfach genügend Zeit, um den Gegner komplett tot zu millen. Und Knight of Souls Betrayal nochmal eine richtig gute Karte. Wenn man zum Beispiel gegen Affinity spielt, da braucht man dann ja zum Beispiel nicht wirklich Surgical Extraction und Co. Wenn man dann den Snaring Bridge plus Knight of Souls Betrayal zum Beispiel reinboardet, dann ist das schon richtig schwer teilweise für das Affinity Deck. Viele Kreaturen sind 1-1, wenn sie ins Spiel kommen. Knight of Souls Betrayal hält das Board halt einfach komplett frei. Dann noch ein bisschen Mass-Removal, ein Want to Slust Reckoning, weil es einfach ein Zug früher kommt gegen die super aggressiven Decks. Und dann noch eine Damnation, um das Board halt wirklich einmal komplett aufzuräumen. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und dann ganz am Ende zwei Karten, über die ich auf jeden Fall noch ein bisschen detaillierter reden wollte. Zweimal Echoing Truths und einen Set Adrift sehen auf den ersten Blick gar nicht mal so wichtig aus. Klar, Echoing Truths kann auch zum Beispiel einen Token und alle Token des selben Types bouncen, weil die ja immer den gleichen Namen haben, sind halt schon immer ganz nett mal so ein Bounce Spell. Aber die Karten sind halt ganz wichtig, wenn unsere Gegner die weiße Layline im Sideboard haben. Dann können wir den Gegner nämlich nicht mehr mit unseren Mild-Zauber-Sprüchen anvisieren. Das ist halt ein großes Problem. Da will man dann auf jeden Fall hier diese Bounce Spells reinbringen, damit man eben gegen die Hate-Karten des Gegners nicht verliert. Auch das Mild-Eck kann halt ein bisschen gehatet werden im modernen Format. Da braucht man dann auf jeden Fall die Bounce Spells. Und ja, das war es tatsächlich schon für das Sideboard. Ist ein relativ einfaches Sideboard. Sind halt sehr viele, sehr spezielle Karten, die halt für bestimmte Match-Ups einfach reingeboardet werden. Und ja, das war es schon für das gesamte Mild-Deck im modernen Format. Ich hoffe, dieser Deck-Check hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Infos und Tipps und Tricks mitnehmen. Wenn den so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.